Weil die normale Fackel funktioniert ja logischerweise unter Wasser, ne? Ja, ja, ist schon klar. Aber ich wusste die auch nicht aus, wenn ich das Schiff drücke. Hier ist nach unten. Ja, da, da ist ein Krug, den wir nicht haben. Oder warte, lass uns erstmal kurz hier gucken. Äh, ja, genau. Am besten hier so. Oh, guck mal. Auch ne Fackel hin. So. Platziert der gar nicht. Doch. Ist jetzt so gut platziert. Ach, jetzt hat er ne Fackel platziert. Oh, oh, da ist ne Höhle. Wieder mal im Loch raus. Ja. Ohne das Wasser wär's ja nicht cool. Ja. Ach, schon wieder Kupfer. Allerdings ist auch noch irgendwas, oder? Das ist nur Stein. Kann ich den jetzt so nicht sagen? Nein, selber. Nein, selber. Hm. Oh, was haben wir hier? Außer Wasser? Die Piranhas? Komm, ich sterbe. Wo ist denn? Oho. Das sind Piranhas. Dann wollen wir uns wahrscheinlich gleich reinflatschen? Vielleicht haben so'n Stein verloren gefüllt. Ohoho, das ist ja brutal. Oho, oh, oho. Oho, warte. Okay, weiter nach unten. Steht hier? Oh, ich würde es mitnehmen. Ah ja. Ich frage mich, wie geht es hier? So Leute, da sind wir wieder. Terraria ist mir gerade abgestürzt und es ist wieder Blutmond und ich muss zu Max kommen, der immer noch in der Höhle ist. Oh Gott. Oh shit, man. Mach ich einfach mal die große Weltkarte und dann kann ich dich hier langlaufen sehen. Geil. Oh shit, man. Alter, das kannst du glauben. Voll bekannter Abknicken. Boah, nice. Schaffst du es? Siehst du auch die Viecher, die da sind? Ne, ich sehe nur dich. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Das ist schon lustig genug, dich zu sehen. Oh, Rabe. Oh, schon ein Viertel des Weges geschafft. Oh Gott. Jesus. Renn einfach scheiß auf die hinter dir. Okay, ich muss jetzt, kommst du klar? Ah, und gekonnt. Oh Gott. Oh Gott. Bitte sterben wir jetzt nicht. Komm mal, Alter. Ja. Nein, der Zombie macht die Tür auf. Alter, wieso macht denn der scheiß Zombie immer die Tür auf? Aber jetzt kann ich die Viecher umlegen. Nice. Ja, so ist richtig nice, Mann. Mein Kaktusschwert nehme ich immer hier. Das ist einfach geil. Oh, dreh dich da rum! Oh Gott, da ist ein blau-leuchtendes Auge, ey. Ich höre doch immer aus. Ja! Du brauchst nur, bis zum Baum kommt, dann bist du eigentlich safe. Ach so, ja, musst du, ja. Die Wüste ist ja zwischendurch egal. Na, da brauchst du einfach nur langrennen. Schaffst du es? Ja, ja, ich bin, äh, mitten bei. Okay. YOLO einfach mal drin. Da muss ich... Alter! Biete den Zuschauern mal was. Äh, ich biete hier... Deine Mutti biete ich hier an, ja. Alter So, pass auf, jetzt renne ich gleich Okay Den lege ich hier noch um, damit er mir nicht im Weg rumsteht Komm, komm Da liegen so viele Münzen, ey Ja, jetzt kriechen die da alle aus dem Loch, ey Jetzt ist das Loch, ey Doch jetzt Ja, ja Bis gleich beim Baum Ja, jetzt bist du safe Ja Ist das schön ruhig hier in der Wüste, ey Kommst euch in den Dunkel, da ist nicht mehr so ruhig Ich dachte dann, welches Loch da rein muss Scheiße Oh fuck Boah, ich muss jetzt ein Stück wandern, Leute Ganz schön wenig los hier am Spawn Boah Oh Gott Ja, knutze doch die Eier, du Mist Süß, ey Mach einfach den Spitzhack und Shark die ganze Zeit damit Damit die Fliegenden und Viecher ja nicht rankommen Steienden und Therapie Die F emplełeccu Alter, verpiss dich Ja, du wurdest getötet Scheiße Die Sache ist, dich kostest du schon aus dem Loch raus, um dir deine Sachen zu sichern. Das war auch ne ganz dobe Idee, wa? Du musstest ja wieder raus tappen. Hätte ich mal lieber nicht auf dich gehört. Du schaffst es! Yeah! Jetzt sagt er dir gerade bequem zuguckt, Wüster. Tja, wer ist halt mehr draußen geblieben. Er ist gewartet, bis der Blut mal vorbei ist. Ab in die Wüste! Hey, der muss mir wieder zeigen, was denn Babo der ist und Stand sterben. Oh, man kann's nicht erinnern. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wo liegt denn mein Zeug, Mann? Gleich kommt's, gleich kommt's. Oh, da liegt es. Einfach weiter, einfach weiter, komm. Jetzt bist du gleich im Dschungel. Wenn ich wenigstens Zeit hätte, mich auszurüsten, das wäre so herrlich. Oh, crap. Alter, wie heute ist'n das noch? Oh! Und ich fall' jetzt noch! Das heißt nicht, das heißt nicht so gut. Oh, fuck! Konzentration! Ein Stückchen ist noch. Und du musst dich in das Loch. Weiß ich. Jetzt mach ich das jetzt ein bisschen anders. Du willst dich da jetzt nicht durch, oder? Äh, ich muss... Das ist aber eh... Nein, bleib weg! Und tot. Nein, bleib weg! Spring doch, spring doch! Es wird Tag, oder? Na, ich bin in der Höhle. Nein! Mama! Was machst du denn, Alter? Du stehst da nur ganz stillig rum. Ja. Bei dir vielleicht. Ja, es wird Tag, ey Gott sei Dank. Richtig schön in die Aufnahme. So muss das. Wie ich erst. Nein! 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 Ah! Du lebst da noch. Ich... Hast du das schön gemacht? Ich hab das Zeug weggemacht und manche hat ausgerüstet. Nein, nicht immer. Das sind die Minecraft-Spieler. Schriftgedrückt hat und alles ausgerüstet. Genau so ist es nämlich. Egal, geh einfach weiter. Ich kann ja nicht an den Viechern vorbei. Aber die fliegen gerade weg. Gut, meinen Helm hab ich noch. Den hab ich dann im Müllkorb liegen sehen. Nein, und die schönen Kletterschuhe sind weg. Ah, und das taurigste, das Witch-Outfit ist auch weg, beziehungsweise die Schuhe davon. Die waren ja schon weg, oder? Ne, ne, die hatte ich noch. Jetzt, komm! Weiter! Nicht in das Loch! 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 Ne! Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wie soll ich denn hier hochkommen? Sind wir hier unten drunter? Hallo! Ja, sieht so aus. Ja? Ja. So ein bisschen runter. Weiter runter. Geh, ich, ich. Manövrier dich da durch. Weiter runter, 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 runter. Runter, runter. Und jetzt kommst du irgendwie nach links oben. Noch ein Stück, aber. Noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt ganz nach links oben. Ja. Ähm. Ja, eine Holzklappe hab ich noch. Ist das geil. Okay. Perfekt, Federmaus! Oh, du störst gleich. Quatsch. Ich kann hier natürlich nix platzieren. Nein, überhaupt nicht. Dreckblöcke. Acht Stück noch. Lass mich in Ruhe! Ihh! Was das? Müssen wir mal gucken. Ich seh sogar wie die Dreckblöcke da zu erzieht. Jetzt wirst du auch wozu sie die MEP eingefügt haben. escribir hol Até steuer Ja. Jetzt nach oben. Dunkel. Oh. Ohoho! Wurste mich gepfeffert. Wiesst du mein Leben eigentlich auch? Nee. Entschuldigung. Oh, ist hier dein Name. Das ist ja was. Und dein Kopf. Mit dem Helm, aber mehr nicht. Was machst du da? Oh je. Komm, warte, warte, warte. Go, 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 go. Oh je.